hallo leute ich zeige euch heute wie ihr baure windows server in dem fall in meinem fall den server 2019 nick teaming einrichten und aktivieren könnt wichtig zu beachten unter windows 10 funktioniert dies nicht das heißt habt ihr dort zwei netzwerkkarten könnt ihr keine portbündelung einrichten wir fangen zunächst an wir melden uns am bundeserver an öffnen den server manager und gehen einmal auf lokaler server lassen wir kurz laden und dann sehen wir hier nick teamvorgang deaktiviert in meinem fall habe ich auch nur ein kabel eingesteckt ich gehe einmal auf deaktiviert dann habt ihr seht ihr ich habe zwei netzwerkkarten aber in meinem fall ist nur eine angeschlossen ihr geht einmal auf aufgaben und geht auf ein neues team in meinem fall nenne ich es einfach teaming und klicke beide an gehe einmal unten auf weitere eigenschaften und hier gehen wir kurz unsere punkte durch die wir auswählen können in meinem fall würde ich switch unabhängig nehmen da ich keinen lacp fähigen switch habe hier seht ihr schon der nächste punkt wäre dann lacp wie er lacp auf einem switch einrichtet bzw aktiviert habe ich in einem anderen video schon gebracht wichtig ist halt wenn ihr lacp nutzen möchtet ist es sinnvoll lacp erstmal auf zwei switch ports zu aktivieren die ihr dann nutzen möchtet und dann erst auf dem server lacp einzustellen und dann die kabel umzustecken an den passenden port oder an die zwei neuen ports wo lacp auf dem switch aktiv ist in meinem fall switch unabhängig dann gibt es hier noch möglichkeiten bezüglich lastenausgleichs modus ich lasse es auf dynamisch ihr könnt auch noch diese beiden anderen werte nehmen die habe ich bisher noch nie benutzt im hyper v bereich oder windows server bereich und ihr habt dann hier noch die standby adapter entweder könnt ihr sagen es sind beide dauerhaft aktiv oder er sagt zum beispiel es hat 1 aktiv und falls er 1 ausfällt wird er seine 2 aktiv geschaltet in meinem fall würde ich einfach sagen alle adapter aktiv in dem fall egal weil ich habe ja nur ein kabel eingesteckt geht dann einmal auf ok dann dauert es kurz ein bisschen er sichert das team so einmal herausgefunden nick teaming führt natürlich dazu die mac adresse ändert sich mac adresse bedeutet automatisch neue ip adresse dies füllen wir einmal aus einen moment so nun seht ihr wir haben nämlich eine andere mac adresse somit natürlich automatisch auch eine andere der cp adresse hätten wir vorher natürlich eine feste gehabt hätte die dann übernommen gehen wir auf schließen schließen ich habe es nämlich hier einmal geöffnet ihr seht ihr mich jetzt jetzt heißt nämlich die netzwerk karte teaming und ihr seht das ist jetzt auch die netzwerk karte worüber ihr dann auch die feste ip adresse eintragt für das interne netz gehen wir noch mal zurück genau einmal teaming und das sieht dann so aus und wir gehen aber hier kurz zurück und hier habt ihr jetzt im nick-team-vorgang auch drinnen stehen warnung status warnung fehler medium ausgeworfen er würde dann euch natürlich auch benachtigen wenn das kabel nicht steckt in dem fall steckt bei mir nur das eine netzwerk kabel ja das war es schon gewesen bei fragen und in die kommentarien von daumen hoch und ich auch freund dankeschön